So und schon sind wir bei Schritt Nummer 4 von unseren 7 Schritten zur Produktivität. Und Schritt Nummer 4 heißt Durcharbeiten und Ordnen. Ja, was heißt das jetzt? Da gehe ich sehr vor nach dem David Allen, wie ich die Dinge geregelt kriege. Der hat einen schönen Flowchart und ich finde, das ist eigentlich eine tolle Technik, die man nicht viel hinzufügen kann. Deswegen gebe ich sie jetzt so wieder, wie ich sie verstehe oder wie ich sie durchführe. Also das heißt, das sind wie immer kleine Adaptionen meinerseits, aber im Prinzip ist das wirklich äußerst brauchbar und deswegen möchte ich das auch so weitergeben. Und zwar, was heißt Durcharbeiten? Also auf Englisch heißt es Processing. Ich finde, so ein schönes Wort gibt es auf Deutsch nicht. Also Durcharbeiten oder Bearbeiten oder Weiterverwerten oder so irgendwie würde ich sagen, ist das Wort, das da jetzt passt. Und zwar geht es einfach darum, wir haben im letzten Kapitel jetzt einmal unsere Eingangsboxen festgestellt. Das kann eben jetzt wirklich so eine physische Eingangsbox sein, also wirklich eine, wo eben das ganze Papierzeug quasi reinkommt. Aber wie wir schon gesagt haben, weitere Eingangsboxen ist zum Beispiel natürlich dein E-Mail-Eingang. Das ist heutzutage was, wo viel reinkommt. Das sind zum Beispiel deine ganzen Telefoneingänge, also das heißt nicht nur direkt Anrufe, sondern eben auch Telefonnotizen, Voicemails und Sonstiges. Das sind deine ganzen Social Media Kanäle und so weiter. Also das hast du ja im vorherigen Kapitel definiert, wo kommt bei dir überall was rein. Eine wichtige Sache sind natürlich auch immer deine ganzen, was man meistens denkt, wie das Zettelwerk hat oder deine Listen, also alles, wo du irgendwo aufschreibst, was hast du zu tun. Also das tust du hoffentlich, also du entlastest dein Hirn in dem Moment, wo du immer notierst, wenn dir einfällt, ich muss etwas kaufen, ich muss jemanden anrufen, ich muss sonst irgendwas nachschauen, was erledigen oder sowas. Also das alles, egal ob du das auf Listen sammelst oder auf Post-its oder Karteikarten, auch das ist natürlich alles ein ganz ein wesentlicher Eingang. So, also wir haben praktisch alles gesammelt, das war das Kapitel davor und jetzt geht es darum, was musst du jetzt machen. Und dieses Processing, dieses Durcharbeiten heißt eben nicht verarbeiten oder bearbeiten unbedingt, sondern das heißt einfach nur, dass du alles sichtest. Dass du, also es soll eben deine Inbox nicht überlaufen, es soll nicht so sein, wie es halt bei vielen ist, dass die Inbox praktisch die Halde, das Deposit ist, wo Sachen auf Wochen und Monate oder sogar Jahre liegen und das eigentlich alles nur eine tickende Zeitbombe ist, weil du eigentlich gar nicht mehr weißt, was in deiner Inbox ist und wenn du dann einmal dringend was brauchst, dann fängst du plötzlich wie wild an zu wühlen, wunderst dich über manches, was da alles so drinnen ist, kriegst noch mehr Schreck, weil du merkst, das hättest du schon tun sollen und jenes. Also genau das soll nicht sein. Deswegen geht es jetzt eben, dieses Durcharbeiten ist einfach, die Sachen kommen bei den verschiedenen Inboxen rein, aber dort sollen sie nicht wohnen, sondern man sollte möglichst täglich mindestens einmal entscheiden, wo alles genau hingehört. Und das schaut jetzt so aus. Als erstes sagst du mal, worum handelt es sich? Und das ist eine wichtige Frage, weil genau die Dinge, wo wir nicht sofort entscheiden, worum es sich handelt, was das überhaupt ist, das sind die, die oft ewig in solchen Eingangsboxen einfach drinnen bleiben. Also das sind irgendwelche Informationsschreiben, Rundschreiben, E-Mails, wo du einfach nicht genau weißt, betrifft mich das, betrifft mich das nicht? Muss ich jetzt eigentlich handeln oder nicht? Und immer, wenn das so ist, dann man traut sich es nicht weghauen, man weiß aber auch nicht, wofür man es aufhebt, deswegen weiß man nicht, wohin. Und am Ende könnte es ja vielleicht sein, wenn man sich einmal diese paar Sekunden Zeit nimmt und darüber nachdenkt, um was geht es eigentlich, dass man feststellt, hey, das betrifft mich ja gar nicht, das betrifft eine andere Abteilung oder das betrifft andere Leute in einem Verein oder was auch immer. Ich kann das ruhigen Gewissens wegschmeißen, ich bin da nur irgendwie in Carbon Copy, also in CC drauf und eigentlich, ja gut und schön, dass mich die Leute auch informiert haben, aber ich muss nichts tun und ich muss mir nicht einmal die Informationen merken, die da draufsteht, das betrifft mich einfach nicht. Und alleine, wenn man sich die Gedanken schon gemacht hätte, bevor man es in die Inbox reingetan hätte, wären manche Sachen gar nicht drinnen gelandet. Aber wenn sie jetzt einmal drinnen sind, dann ist es das erste Wichtige, dass man immer sagt, worum handelt es sich überhaupt? Und dann gleich noch eine Frage, nämlich die, kann ich überhaupt etwas tun? Und das ist eben die Frage, man kann ja nicht immer und überall etwas tun und deswegen kann es sein, dass die Antwort Nein heißt. So, und wenn die Antwort Nein heißt, wie geht es dann weiter? Also ich habe ein Stück Papier in der Hand und die Antwort heißt Nein. Man kann nichts tun. Und dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, was man mit diesen Zetteln machen kann. Eine sehr gute Möglichkeit, die leider viel zu selten genutzt wird, ist, dass man ihn einfach wegwirft. Also man stellt fest, ich kann nichts tun und ich brauche diesen Zettel auch nicht mehr. Dann kann man ihn wegwerfen. So, dann kann es sein, das Ganze ist eine terminabhängige Sache. Was heißt das? Also es geht einfach um Sachen, die jetzt noch nicht relevant sind. Es geht um ein Projekt, das in drei Monaten startet oder auch privat zum Beispiel. Ich möchte mir Tickets kaufen für ein Event, das eben erst in ein paar Wochen ist und da brauche ich mir jetzt noch keine Karten zu kaufen. Also es gibt viele Gründe, warum die Sachen erst später relevant sind und dann kannst du es in eine sogenannte Wiedervorlage geben. Dazu erzähle ich dir später noch mehr beim Thema Ordnen. Aber das heißt auf jeden Fall, ich entscheide jetzt, das nichts zu tun und deswegen kann ich das jetzt einmal in Ruhe weg tun, aus den Augen geben. Also das heißt, es ist nicht mehr in der Inbox. Und dann kann es natürlich sein, wenn nichts zu tun ist und du es nicht wegwerfen willst und auch nicht in ein Terminsystem geben willst, dass es einfach ein Referenzmaterial ist. Also das sind jetzt irgendwelche Listen, sagen wir Preislisten zum Beispiel oder irgendeine Quellen, die du vielleicht irgendwo einmal zitieren möchtest oder so etwas. Und das kannst du dann ablegen. Also das ordnest du dann ein und auch dazu möchte ich dann noch mehr sagen, wie man eben sinnvoll ordnen kann. Also das wären eben diese drei Punkte zum Thema, ich kann nichts tun. Also entweder ich schmeiße weg, das ist immer das Angenehmste, weil dann darf ich es ganz loslassen. Oder ich gebe es zu einem, ich terminisiere es, wo ich es später irgendwann einmal daran erinnert werde, wenn es auch sinnvoll ist. Und ich muss das nicht jetzt die ganze Zeit im Kopf jonglieren. Oder wenn ich einfach denke, ich werde das irgendwann einmal brauchen für irgendwas, also nicht zu einem bestimmten Datum, aber ich möchte es auch nicht wegwerfen, weil das möchte ich vielleicht irgendwann einmal zitieren oder da möchte ich vielleicht irgendwann einmal was machen oder was kaufen, dann kann man es eben ablegen. Das war zum Thema Nein. Was ist aber jetzt, wenn die Frage, kann man etwas tun, mit Ja beantwortet wird? Und auch da gibt es dann verschiedene Wege, wie man weitergeht. Und zwar, man kann etwas tun. Was ist dann los? Dann ist die erste wichtige Frage, wie viele Schritte sind zu tun? Sind es zwei oder mehr Schritte? Dann sagt eben der David Allen, alles was zwei oder mehr Schritte braucht, das ist ein Projekt. Das kommt jetzt manchen vielleicht ein bisschen komisch vor, das ist etwas, was zwei Schritte braucht, das ist schon ein Projekt. Aber das Thema ist einfach das, dass wir ganz oft glauben, solange wir uns eben keine näheren Gedanken machen, ja, das kann ich ja schnell erledigen. Also zum Beispiel eben, ich möchte die Garage aufräumen. Und ich denke mal, das ist ein Schritt. Aber dann stelle ich fest, um die Garage aufzuräumen, muss ich erst einmal gewisses Gerümpel wegräumen lassen und ich brauche diesen Wasserdruckstaubsauger, den muss ich mir bei meinem Nachbarn ausborgen. Und außerdem wollte ich das Schloss neu machen. Also lauter verschiedene Sachen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir anfange, Gedanken zu machen, was genau ist denn zu tun, stelle ich fest, dass es mit einem Schritt nicht getan ist. Und das passiert eben ganz oft, dass man Dinge ewig nicht macht, weil man glaubt, man muss nur einen Schritt machen, wie zum Beispiel eine Glühbirne wechseln. Das musste ich doch schnell machen. Aber dann stellt man fest, die Glühbirne ist so hoch oben, dass ich die große Leiter brauche. Und die große Leiter ist eben im Keller. Und da steht aber etwas davor. Und das ist so schwer, das kann ich nicht alleine wegschieben. Und so weiter und so fort. Also das heißt, ganz oft passiert es einem einfach dann, dass es eigentlich komplizierter ist, als man dachte. Und genau, weil man dann eben nie daran denkt, dass man jetzt, wenn einmal jemand starker da ist, dem bitte, dass man das wegschiebt, damit man zur Leiter kommt, ist die Glühbirne schon seit Monaten nicht gewechselt. Also das heißt, egal ob Firma oder privat, so wie immer, etwas, was mehr als einen Schritt braucht, ist einfach ein Projekt. Und deswegen ist es wichtig, dass ich solche Projekte auch extra tituliere. Also ich sage, okay, das ist mein Projekt so und so. Und dass ich für dieses Projekt eine To-Do-Liste habe, wo ich mir eben ganz genau aufschreibe, was ist der nächste Schritt. Und da ist es ganz wichtig, dass der nächste Schritt immer mindestens ein Verb enthält. Also nicht nur irgendwie, dass ich dann eben schreibe, Leiter, Leiter Keller oder sowas, sondern eben schwere Truhe vor Leiter wegschieben. Also das ist ganz wichtig, damit ich mir auch wirklich klar bin, was genau ist der nächste Schritt. Und so kann ich für jedes einzelne Projekt eine nächste Schritte-Liste haben oder eben insgesamt, was sind Schritte, die ich tun muss als nächstes. Also das heißt, das ist eben dieses eigene Thema Projekte, wo jedes Projekt möglichst eben auch eine eigene To-Do-Liste hat. Zeige ich dir nachher auch alles noch online wieder. Also das sind die großen Sachen und dann gibt es eben auf der anderen Seite die etwas kleineren Sachen, die wirklich nur genau einen Schritt erfordern. Und auch da ist jetzt wieder eine weitere Frage, nämlich wenn Sie genau einen Schritt erfordern, ist die Frage, reichen zwei Minuten aus? Das ist das, was der David Allen geprägt hat. Andere sagen drei Minuten oder sogar fünf Minuten. Also ich halte es meistens so mit drei bis fünf Minuten, würde ich sagen. Also wenn das Ganze nicht länger als ein paar Minuten dauert, dann ist es doch das Sinnvollste, dass man es gleich erledigt. Also das heißt, ich habe jetzt irgendwas in der Hand, einen Zettel, wo ich sehe, dann muss ich mich telefonisch wo anmelden. Und jetzt überlege ich mir, wie lange brauche ich dafür und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt die richtige Person gleich erreiche, dann dauert das ein, zwei, drei Minuten. Und bevor ich jetzt diesen Zettel wieder irgendwo abhefte, nehme ich das Telefon in die Hand und rufe das sofort an und dann habe ich das Ganze erledigt. Also das heißt, beim Durcharbeiten geht es natürlich nicht nur darum, dass man alles jetzt wieder irgendwo in Neuboxen oder sowas tut, sondern wenn eben einfache Dinge sind, dann sollte man die Möglichkeit auch gleich erledigen. Und wenn die Antwort Nein ist, also wenn ich feststelle, okay, so schnell geht das nicht, da brauche ich auf jeden Fall länger als fünf Minuten, dann gibt es dann da verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit ist die, dass ich gerade auf etwas warten muss. Also ich stelle fest, ich habe jetzt wieder einen Zettel in der Hand, ein E-Mail zum Beispiel oder ein ausgedrucktes E-Mail oder ein Memo oder sowas und ich stelle fest, ich kann hier im Moment gerade nichts tun, weil jetzt gerade jemand anderer am Zug ist. Also ich warte jetzt darauf, dass mir jemand einen Kostenvoranschlag macht, ich warte jetzt darauf, dass mir jemand eine wichtige Antwort gibt oder ähnliches. Also das heißt, ich kann im Moment nichts tun, aber der nächste Schritt liegt nicht bei mir, ich muss mit dem nächsten Schritt meinerseits warten, bis jemand anderer einen Schritt getan hat. Und das muss man eben auch extra sammeln, wenn man wo wartet drauf und da helfen sehr gut die Ad-Listen, die erkläre ich dann im nächsten Kapitel. Also das heißt, eine Möglichkeit, wenn man es in zwei Minuten nicht erledigen kann, ist, dass man eben gerade auf etwas wartet. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man es in zwei Minuten nicht erledigen kann, dass man sich einmal überlegt, muss das überhaupt ich machen? Oder kann ich es delegieren? Kann ich es an jemanden anderen weitergeben? Das ist natürlich, wenn man eine brave Sekretärin hat, ist das super, aber wenn man so wie ich Einzelunternehmer ist, muss man halt viele Sachen oft selbst machen, aber heutzutage gibt es auch viele Möglichkeiten, outzusourcen, das sollte man sich immer überlegen. Also eben ist es gescheiter, ich mache einen Auftrag bei Fiverr oder Ähnliches zum Beispiel, oder man kann ja auch virtuelle Assistenten auch für einzelne Jobs verwenden. Also kann ich das irgendjemandem weitergeben? Oder auch zum Beispiel, was jetzt Sachen im Haushalt betrifft, kann ich das nicht den Kindern übergeben, den Partner übergeben, der Putzfrau übergeben? Also immer überlegen, muss ich das wirklich selber machen? Macht das einen Sinn, dass ich es selber mache? Und wenn nicht, wem kann ich es übergeben? Und dann eben am besten gleich tun auch, also am besten auch delegieren gleich. Und dann die weitere Möglichkeit, eine dritte Möglichkeit, die es gibt, wenn eben Dinge nicht in zwei Minuten zu erledigen sind, ist, dass man sie eben einträgt, entweder in einen Kalender, wann genau man es tut, oder in eine To-Do-Liste, also in eine Nächste-Schritte-Liste, was als nächstes zu tun ist. Also das heißt, über Kalender rede ich auch nachher noch, was da sinnvoll ist und was nicht. Kurz voraus, jetzt schon gesagt, in den Kalender kommen nur Sachen, die man wirklich an einem ganz bestimmten Tag machen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Zettel in der Hand habe, wo draufsteht, Vorstandssitzung ist am 28. November um 11 Uhr, dann kann ich das in den Kalender eintragen. Und wenn ich einfach nur weiß, okay, als nächstes muss ich das und das machen, also als nächstes muss ich jetzt zum Beispiel einen Kostenvorenschlag einholen, dann ist das ein ganz ein klarer Schritt, den ich auf meine To-Do-Liste tue. Also nächster Schritt, Kostenvorenschlag für das und das einholen. Und das ist eben das, was ich dann auf meine Liste gebe. Also nochmal zusammengefasst, kurz gesagt, also ich frage mich immer bei allem, was zu tun ist, reichen zwei Minuten aus? Und wenn zwei Minuten ausreichen, dann mache ich das sofort. Also das heißt, ich mache sofort den Anruf, ich schreibe sofort das E-Mail oder was auch immer wichtig ist. Wenn ich aber feststelle, zwei Minuten reichen nicht, dann kann das den Grund haben, dass ich auf etwas warten muss. Dann ist es nur wichtig, dass ich nicht vergesse, dass ich auf etwas warte. Deswegen sind eben diese Ad-Listen gut, über die rede ich dann im nächsten Kapitel, damit ich einfach weiß, auf was ich gerade warte. Oder ich überlege mir, muss ich es überhaupt selbst machen oder kann ich es delegieren? Oder ich weiß eben, okay, ich muss etwas tun, aber das dauert mehr als zwei Minuten. Das mache ich dann, wenn ich Zeit dafür habe. Und entweder es hat einen bestimmten Termin, also es geht um ein Event, dann trage ich es in den Kalender ein. Oder wenn es eben keinen bestimmten Termin hat, dann trage ich es in die To-Do-Liste ein. Und das ist eigentlich schon alles, um was es hier geht.